Werde hohl wie eine Flöte. Das ist die Aufforderung, die Krishna uns gibt. Krishna als Hirtenjunge hat gerne die Flöte gespielt und auf dieser Flöte wunderbare Klänge gemacht. Werde hohl wie eine Flöte, sodass Gott durch dich spielen kann. Wenn du eine Flöte hast, die im Inneren irgendwo Dreck hat oder verstopft ist, dann kann kein schöner Klang daraus werden. Wenn du ein dickes Ego hast und wenn du Vorstellungen hast, wie alles zu sein hat, wenn du denkst, was Gott eigentlich bewirken soll, wie andere Menschen sein sollen, wie du sein solltest, wie die Welt sich entwickeln sollte, wie andere Menschen sein sollten, dann bist du ein voller Ego, voller Wünsche, voller Erwartungen. Dann steht nichts Schönes. Werde hohl wie eine Flöte, erwartungslos, neugierig und bitte darauf, oh Gott, spiele du durch mich etwas Wunderschönes und spiele auch durch anderes und lasst uns zusammen ein schönes Konzert des Lebens aufführen.